So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss die Truhen hier wegkriegen. Ach Gott, da sind die Sattel drin. Lehm. Äh, was war hier? Ah ja, genau, die Türen. Äh. Was mache ich neben Holz? Neben Holz würde ich sagen, machen wir die Steine. Äh. Hier kommen die Bruchsteine rein. Boah, und das noch alles beschriften. Wow. So, Bruchstein. Dann kommt hier das normale. Ne, hier könnte man den Bemostenstein reinmachen. Hat doch alles kein Zweck. Mosterstein, normale Steine. Ach, ne, kann ich ja gar nicht so machen. Ähm. Steintreppen. Halbe Steine. Und eigentlich müsste die Steinmauer ja auch noch dahin, aber das machen wir jetzt mal nicht. Können wir noch, ähm, im Notfall mit beiden Zäunen reinpacken. Bermosterstein. Bermoster Stein. Bermoster Stein. Glatter Stein. Okay, hoffentlich kriege ich das noch zusammen. So. Nein. Hier. Die Fackel kommt weg. Das kommt weg. Die Erde können wir aber gut brauchen für hier hinter. So, hier kommt ja normales Holz hin. Und hier das. Also hier war jetzt Koppel drin, ne? Also hier ist die Steinziegel, ja, die müssen weichen. Die Truhe, die muss weichen. Die müssen wir erstmal hier hinten hin holen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Das machen wir auch mal ein bisschen Schwarz-Eichen-Holz. So. Da eine Truhe hin, dann packen wir. Äh, hier erstmal die Truhe hin. Und hier kommt ja, äh, Lehm und da rein. War's das? Nee, da. So. Dann können wir nämlich hier weitermachen. Also was hatten wir hier? Die Türe. Hier ist Cobblestone. Dann. Da, das sind diese Mauern, die ich ja gerade eben meinte. Die Treppen und die Stufen. Die will ich extra nicht mit. Aber die können wir hier so zusammen machen. Da haben wir nicht so viel von. Aber wohl, wir haben es ja hier auch getrennt, ne? Muss ich dann eigentlich hier auch machen. So, hier kommt dann Moosstein rein. Zack. Und ich brauche Schilder. Hier haben wir Holzbretter aller Art. Holzbretter aller Art. Das sind die Stiefchen, ne? Holzbretter aller Art. So, dann haben wir Holz schon mal beschriftet. Nee, gar nicht wahr. Zaun. Ach, was mache ich denn? Boah, ich bin wieder so ein bisschen verplant. Und so. Können wir direkt mal drei Stück, äh, sechs Stück machen. So, das sind jetzt Holzzäune aller Art. Holzbretter aller Art. Holzbretter aller Art. Koppel. 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 Stufen. Nein. Moos. Steine. Ja, ich würde sagen, da geht so ein bisschen was bei drauf, wa? Mal überlegen, ob ich nicht hier zwischen auch, huh, irgendwie sowas machen soll. Wegen den Monstern, wenn man die mal wieder anschalten sollte. Nicht, dass sich da einer mal so dazwischen klemmen kann. Dann haben wir die ganze Zeit, huh, 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 von den Monstern. Hm. Mal gucken. So, hier kommen Cleanies rein. Boah, das wird aber ganz schön riesig. Boah, alles klar. Ähm, was hatten wir hier drin? Hm. Komm, da holen wir mal. Raus. Und verfrachen das mal hier hin. Huh. So war das nicht geplant. Hallo. So. So, das geht ja hier weiter. So. Nee. Du bist falsch. Und du bist falsch. So ist es richtig. Und du hast mal darin angesied. Ja, ich mach mal wieder wie ein paar Fackeln hin. So, da kommt jetzt Andesit wieder rein. Zack. So, hier hatten wir jetzt die Cleanies drin. Und aus Cleanies kann man aber keine Treppen machen, aber Stufen. Und ich mach mal Toggle-Down voll. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben ja irgendwie alles noch drin. Da ist diese Steinstufe. Ach, die Steinziegel dürfen wir nicht vergessen. Cleanies. Oh, was habe ich denn hier gemacht? Hier ist aber was verkehrt. Na. Ach, ich weiß, warum was verkehrt ist. Wir haben da hier die Türe. Das heißt, hier muss ich ihn hin machen. So, das ist richtig. So. Weil hier ist ja die Türe hinten. Ich weiß nicht, was man da rein machen könnte. Als einzelne Truhe. Weil ich möchte das gerne sofort laufend haben. Und hier muss ich mal gucken, was ich mir mal da einfallen lasse. So, hier haben wir die Cleanies. Dann kommen ja hier die halben Kleinies rein. Hier kommen die Steinziegel rein. Die halben Steinziegel. Und die Treppensteinziegel. Das heißt, ich habe nur ein, zwei, drei Dinge Platz für was anderes. Ich glaube, ich weiß auch schon, was ich nehme. Okay, so, jetzt muss ich erst mal. Ich mache noch mal. So, Cleanies. Halbe Klinies. Wie hießen die noch? Steinziegel. Stein. Ziegel. Ich mache es. Steinkeren. voltar. Dieomi ist standard.